Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nadja Kommst du nicht mit? Nein wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu Schade So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch Ich hab ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet's scheiße. Der kommt morgen vorbei um's mir um die Ohren zu hauen. Darf ich's mal lesen? Auf keinen Fall! Also versteh mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung, ein blöder Kommentar... Schon gut. Ich hab's verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch! Nadja's Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Das ist zumindest der der letzte Nacht bei hier war. Riech mal! Na? Schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Das macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Die kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du's schon mal gesehen? Ja! 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 Komm doch mit!